Hi, my name is John Cleary and you're watching ART TV. Das Plus Festival ist aus einer verrückten Idee entstanden, die wir hatten, weil so viele Leute im Baden Blues verrückt sind. Das Festival heute bietet genau das Gleiche wie vor 13 Jahren, nämlich Kino, Konzerte, Workshops, Jam-Sessions und noch ganz viel mehr, einen Einblick aus ganz verschiedenen Arten im Blues. Das Highlight des diesjährigen Blues Festival ist John Cleary. Mit dem heutigen Abend hat sich für mich gezeigt, meine Erwartungen sind total übertroffen worden und das war wirklich super. Ich habe Musik gespielt seitdem ich ein Kind und ich bin mit Leuten, die großartig sind, und die haben mich, die Stylen der Musik von überall in der Welt und mein Job ist, zu finden elementen, die ich benutze in den Bildern, die ich in den Bildern möchte. und die Stylen der Musik zu machen. und ich glaube, viele Leute haben vergessen, wie unglaublich das kann sein und wie gut das kann man sich fühlen. Es kann wirklich sein. Aber das funktioniert ist, dass es einfach, was du spielen muss, das muss man sich auswählen, das muss man sich auswählen. Und wenn das da ist, dann werden die Leute aufwählen. Du bist ein starkes Signal. Das ist das, was die Leute reagieren und reagieren. Das ist unser Job. Wenn die Leute zu kommen, wenn sie uns spielen wollen, dann wollen sie aufwählen. Das ist das, was wir machen. Ich fand das Konzert genial. Das hat mir sehr gut gefallen. Total faszinierende Künstler. Es gibt noch einen grossen Traum für das Bluesfestival. Und das würde ich gerne in den nächsten vier Jahren erreichen, Eric Clapton hier in Badetal.